Es gibt 200.000 Gründe, warum wir die Besten sind, warum wir verlässlich sind, kompetent und exzellent. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir dringend Personal benötigen, Zusteller benötigen, die uns in unserer täglichen Arbeit unterstützen möchten. Und die Idee ist vor eineinhalb Jahren entstanden. Da gab es hier in Mainz schon mal einen Flashmob. Der hat inzwischen fünfeinhalb Millionen Klicks und das ist auch der Hintergrund, warum wir mal neue Wege beschritten haben. Du bist stark, ich bin Vorbild und zusammen sind wir Fortschritt. Deutsche Post, Siegermodus, überall auf diesem Globus. Wir sind mehr als nur gut mit Kopf, Herz und Mut und Begeisterung in den Augen. Wir sind 200.000, komm! Sie können nur ab, aber wir packen nicht lang. Sie können einpacken, denn wir packen es ab. Wir sind 200.000, komm und schieß nicht uns ab. B-b-besser werden, besser bleiben. Kommen Sie zu uns, Sie finden einen der besten Arbeitgeber in der Region. Sie haben die Möglichkeit, bei uns Ihre Arbeitszeiten mehr oder weniger frei zu gestalten. Sie sind jeden Tag in der frischen Luft. Es macht einfach Spaß bei uns zu arbeiten. Werdeeinervonuns.de 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 Für alle geht es auch bei uns nicht. Wunderschöne.